Musik Ein Tag wie der andere in Benidorm, Spanien. Nur das Stadion am Strand deutet darauf hin, dass hier das Qualifikationsturnier für die Beachsoccer-WM in Marseille stattfindet. Musik Weit weg im Herzen Europas, in einem Land ohne Meer, fährt eine mutige Gruppe los, die Strände dieser Welt zu erobern. Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft. Auf ihre Erfolge ist Spielertrainer Angelo Schirinzi zu Recht stolz. Wir haben auf der Nationalmannschaftsbasis ein Team kreieren können, das ein wahnsinniges Potenzial hat, das aber immer aufwärts geht. Der grösste Erfolg, Europameister 2005. Und Angelo Schirinzi wagt eine Zukunftsprognose. Die Beachsoccer wird in 20 Jahren Olympisch sein und die Schweiz wird dort Medaillen holen in Gold. Vorerst sind wir aber in der Gegenwart. In Spanien, in Benidorm, wo die Qualifikation für die WM in Marseille ansteht. 24 europäische Nationalteams nehmen daran teil und nur die vier Besten qualifizieren sich für die WM. Für die Schweiz gilt es zuerst, die Gruppenphase gegen Litauen, Österreich und Ungarn zu überstehen. Das Stadion ist voll, der Sand ist sehr tief. Ihr könnt das alles schon einrechnen in eure Vorbereitungen auf dem Spiel. Wichtig für mich, für das heutige Spiel, wir wissen nicht, wie Lituanja ist. Es ist sicher, eine Mannschaft verkräftig wird sein, wo die Spielsysteme erkennen, wo sich vorbereiten. Vielleicht können wir es zum Fußball auslusten, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, was wir können. Letzte taktische Anweisungen, dann geht's für ein kurzes Training ins Stadion. Einer der Schlüsselspieler der Schweiz ist Stefan Mayer, bekannt aus der TV-Sendung Der Match. Mit ihm habe ich wieder zu Mailand gespielt. Das sind halt viele Freunde und Bekannte, die man halt alle Jahre wieder zusammentrifft. Die Beachsoccer-Szene ist wie eine grosse Familie. Nur werden auf dem Spielfeld keine Geschenke gemacht. Die Vorrunde sind wir klar, Favorit. Jetzt müssen wir schauen, dass wir alle drei, v.a. Mon ist das wichtigste Spiel gegen Glitau, dass wir da gewinnen können. Und ja, es gibt nur eine Taktik von uns. Wir müssen alle Dejan anspielen, vorrunden, er macht sie dann schlussendlich. Ich muss noch etwas dazu sagen, Dejan. Beim Frühstück wird wenig geredet, denn nun gilt's ernst. Endlich wird das Spiel angepfiffen. Die Schweizer beginnen stark und gehen durch Dejan Stankovic gleich mit 1 zu 0 in Führung. Doch Litauen gibt keineswegs auf und erzielt den Ausgleich durch einen herrlichen Treffer. Nun zeigt Stefan Mayer sein ganzes Können. Und er trifft. 2 zu 1. Darauf hat die litauische Mannschaft keine Antwort mehr bereit. Die Schweizer demonstrieren ihre spielerische Klasse und erzielen ein Tor nach dem anderen. 14 zu 2 lautet schliesslich das Schlussresultat. Ein Auftakt nach Maß und eine gute Ausgangslage für das nächste Gruppenspiel gegen Österreich. Stefan Mayer ist hier allen bekannt. Und so dauert bei ihm der Rückweg ins Hotel immer etwas länger. Kräfte sammeln und sich erholen, lautet die Devise vor dem morgigen Spiel gegen Österreich. Österreich ist der erwartet, unangenehme und ultradefensive Gegner. Und als die Schweizer endlich ein Tor erzielen, wird der Treffer aus unerklärlichen Gründen aberkannt. Nun sind Emotionen im Spiel. In der Pause nach dem ersten Drittel versucht Angelo Schirinzi seine Mannschaft zu beruhigen. Das zweite Drittel beginnt und die Schweizer laufen gleich ins offene Messer. Nach einem Fehlpass von Davo Ivcevic steht es plötzlich 0 zu 1. Jetzt sind Schlüsselspieler wie Dejan Stankovic gefragt. Dejan ist das erste Mal auch vom Typ her eine Persönlichkeit. Er hat einen wahnsinnigen Leader, einen Leaderdrang in sich und hat auch wahnsinnige Qualität. Er ist ein Spieler, der kann den Ball alles. Er ist körperlich, physisch sehr, sehr stark. Er kann mit seinen 1,90m den Ball abdecken. Er ist beweglich und er ist vor allem wahnsinnig torgefährlich. Und das ist ein Schlüsselspieler für die Mannschaft. Und Dejan Stankovic beweist dies auch gleich, indem er eine Penalty zum 1 zu 1 sicher verwandelt. Doch wie aus heiterem Himmel erzielen die Österreicher plötzlich gar das 2 zu 1. in der Schweiz. Aber einmal mehr ist es Dejan Stankovic, der ausgleicht. Kurz darauf bedient er Stephan Mayer mit einem tollen Pass. Und die Schweiz liegt in Führung. Stephan Mayer hat eher die Höhen und Tiefe. Wenn er hoch hat, läuft er zum Wahnsinn. Dann kann er das Match selber entscheiden. Hintgegen ist er auch nicht so stabil wie Dejan. Aber er bringt auch mit seinem Spiel, mit der Kreativität und mit seiner Kampfkraft, kann er nämlich im Schweizer Spiel sehr viel helfen. Und dank Mayers Kampfkraft gelingt Dejan schliesslich das siegssichernde 4 zu 3. Das Happy End in einem Spiel, in dem vieles nicht wunschgemäss geglückt ist und die Schweizer mehr kämpfen mussten, als ihnen lieb war. Immer das hart auf hart, das schiesse ich an. Wir sind ja wirklich eine Klasse besser als die. Da kann ich nicht verstehen, dass wir dann so einen Trott zurück haben. Aber es wird auch sicher eine gute Mannschaft. Da wissen wir, dass wir in Zukunft mehr machen müssen. Aber wenigstens haben wir gewonnen. Jetzt muss ich 5 Minuten etwas oben runter bekommen. Und dann sehe ich auch wieder schöne, positive Sachen. Und schliesslich gibt es auch einen Grund zum Feiern. Denn mit dem Sieg gegen Österreich hat sich die Schweiz für das Achtelfinale qualifiziert. Also Jungs, auf eine erfolgreiche Schweizer Nationalmannschaft, die bereits zwei Siege eingefahren hat, die aber morgen nochmal einen Sieg einfährt und dann am Donnerstag hinein, am Freitag hinein, am Samstag hinein, am Sonntag hinein, in dem bin ich zufrieden. Und herren, auf, dass wir heute morgen besser spielen als heute. Wir haben es zwar gewonnen, aber, was kann es dann auch noch darüber? Ok, nochmal, Salute. Und geniessen Sie jetzt. Voilà. Im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn spielen die Schweizer um den Gruppensieg. Und ihr jüngster Spieler, Daniele Bikeri, schießt sie gleich in Führung. Doch es kommt bitter. Angelo Schirinzi verletzt sich. Und kurz darauf liegt auch Stefan Maier am Boden. Trotz Verletzungspech gewinnt die Schweiz verdient mit 5 zu 1. Noch zwei Siege sind die Schweizer von der WM-Qualifikation entfernt. Gratulation für den Sieg. Super gewesen. Super gewesen. Wir haben zuerst die Gruppenphase hervorragend gespielt. Wir haben die Match mit grosser Goaldifferenz für uns entscheiden können. Wir haben auch noch im Achtelfinale gegen ein starkes Polen und haben super spielen können. Und sind dann auf eine russische Mannschaft gerufen. Und da muss man auch wieder sagen, die sind einfach der Hammer stark. Die haben 10 Profis in der Mannschaft. Wir haben dann auch wieder Verletzungspech gehabt. Der Maier hatte immer noch ein Problem. Ich selber habe einen Muskelfassriss gehabt. Und wenn dann auf diesem Niveau in einem Halbfinal gegen ein Russland, der so stark ist, mit 10 Leuten, die tiptop zu wegen sind, zu gewinnen, ist sehr schwer. Und das ist sehr schwer. Vielen Dank.